Ein anderes Geheimnis aber darf ich an dieser Stelle lüften, nämlich wen Sie zu Hause in der Kategorie bester Schauspieler gewählt haben. Da gab es wirklich krasse Konkurrenz, was ja übersetzt bedeutet, dass wir in Deutschland wirklich sehr viele tolle Schauspieler haben. Und der, der heute Abend einen Preis bekommt, der ist ein richtiger Dresdner Junge. Den haben Sie irgendwann rausgelassen in die große weite Welt und gelandet ist er im schönen Münster in Nordrhein-Westfalen. Und wenn er da als Pathologe seine Fälle löst und auf Gott und die Welt losgeht, vor allem aber auf seine Assistentin schauen ihm viele sehr, sehr gern zu. Er nennt seine Assistentin gerne Alberich. Und sie muss ordentlich leiden. Um es mal einfach auszudrücken, der Typ ist in seiner Rolle im Fernsehen ein richtiger Kotzbrocken und ist dabei so erfolgreich. Jetzt kommt die Frau, die er gern ärgert. Sie hält die Laudatio. Also Herr Professor Börne, Sie könnten sich an dieser Stelle kräftig anschnallen. Vielleicht kommt ja jetzt die Rache von Alberich. Herzlich willkommen, Christine Urspruch. Applaus 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 Lieber Jan, auch wenn du in unseren gemeinsamen Tatorten regelmäßig über meine Größe, sagen wir mal, verbal stolperst, so muss ich sagen, dass du die goldene Henne verdient hast. Das sehen auch die MDR und RBB Zuschauer sowie die Leser der Super Illuso, die dich auf Platz 1 gewählt haben. An deiner Schauspielkunst kommt halt keiner vorbei. Wie auch, du bist ja überall präsent. Allein in den letzten zwölf Monaten hast du gleich mehrere Fernsehhighlights entscheidend geprägt. Und jedes Mal spielst du einen Arzt. In dem mehrfach ausgezeichneten TV-Meerteiler, der Turm zum Beispiel. Da glänzt du als Doktor Richard Hoffmann, der sich, trotz eigener Stasi-Vergangenheit, von den Mühlrädern des DDR-Regimes zermürbt, schlussendlich der Protestbewegung anschließt und somit aktiv zum Sturz des alten Systems beiträgt. In dem Meisterwerk Nacht über Berlin zeigst du die Schrecken der anderen deutschen Diktatur auf. Als jüdischer Arzt und Politiker Albert Goldmann gibst du dem historischen Reichstagsbrand von 1933 eine ganz unmittelbare und persönliche Note und beweist ganz nebenbei, dass du mit deiner Frau Anna auch vor der Kamera ein unschlagbares Team bildest. Als Baron Münchhausen spielst du zwar nicht direkt einen Arzt, aber Adlige mit falschen Doktortiteln gibt es sicher nicht erst seit zu Gutenberg. Und auch in deiner Paraderolle trägst du einen Doktortitel. Als Professor Doktor Karl Friedrich Börne feierst du im Münsteraner Tatort regelmäßig Quotenerfolge. Mit mir. Zum Beispiel mit der Folge Sum Sum Sum, ein ganz unverwechselbarer Titel für einen Krimi. Mit dieser Folge, die am 24. März diesen Jahres einen Rekord aufstellte. Fast 13 Millionen Menschen haben diesen Tatort gesehen. Herr Schweiger, 13 Millionen. So viele Zuschauer... So viele Zuschauer hatte der Tatort seit 20 Jahren nicht mehr gehabt. Das heißt aber auch, 13 Millionen Menschen waren wieder einmal Zeuge davon, wie du dich daran ergötzt, deine beste und treueste Mitarbeiterin niederzumachen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist, ich bin schon ganz klein geworden. Aber ich... Was machen Sie da eigentlich die ganze Zeit am Computer? Chatten Sie wieder mit Danny DeVito. Also kaum ist man mal ein paar Tage verreist, da sieht es hier aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und wie es bei Familie Hempel unterhalb der Sitzmöbel bestellt ist, entzieht sich leider meine Kenntnis. Wohingegen Sie sich ja nicht mal bücken müssten, um das festzustellen. Wahrscheinlich haben Sie es einfach verschlemmt. Offensichtlich bin ich bei der Auswahl meiner Assistentin nachlässig. Aber sonst bei gar nichts. Ach, der Herr Nachbar. Jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Dame hier hat mich gerade beim Kickern besiegt. Vernichtet, will er sagen. Naja, wahrscheinlich hat sie ein Verhältnis mit meinem Torwart. Passen ja gut zusammen, rein größenmäßig. Könnte ich vielleicht Ihr Bart benutzen? Ich habe auch mein eigenes Handtuch mitgebracht. Hoffentlich muss ich anschließend nicht zum Orthopäden. Aber so wie ich Sie kann, da haben Sie bestimmt eine abnehmbare Handbrause. Schluss von deswegen. Der liebe Wotan. Holla. Ihr Bett hat aber eine stolze Größe. King size, was? Das sind alle sieben Sperge gleichzeitig. Chef, das Beet ist gestern erst frisch angelegt worden. Das ist kein Beet, das ist ein Green. Ja, jetzt. Die Armen, vergiss mal nicht. Jetzt mal bloß keine falsche Solidarität unter Kleingewächsen. Ja. Solidaros. Also ich werde oft von den Leuten gefragt, wie ist er denn so in echte, Herr Liefers? Ist er da genauso gemein zu Ihnen? Und dann sage ich immer, ach, wissen Sie, er ist viel. Das würden Sie jetzt wohl gerne wissen. Ja, lieber Jan. Er ist große Klasse. Ein sehr offener, liebenswerter Mensch. Ich weiß noch, im letzten Sommer, vor einem Jahr, hast du mich mit deiner Familie besucht. Ihr wart auf dem Weg in die Ferien und habt bei mir und meiner Familie Rast gemacht. Und du kamst natürlich nicht in einem üblichen Familienauto daher. Nein, Herr Liefers kam in einem riesigen, überdimensionalen, silbernen Wohnmobil vorgefahren. Dass das Gefährt fast unsere Hauseinfahrt gesprengt hätte. Übrigens saß Anna am Steuer. Ja. Big. Bigger. Börne. Weltmännisch im großen Stil. So erlebe ich dich. Und natürlich trägst du deinen großen Stil, nämlich deine Großherzigkeit und Großzügigkeit im Herzen, in alle deine Rollen hinein. Think big. Diese Maxime scheinst du verinnerlicht zu haben. Vielleicht harmonieren wir im Tatort deshalb so gut zusammen. Es ist großartig, mit dir zusammenzuarbeiten. Du bist ein toller, liebenswerter Mensch und ein großartiger Schauspieler. Ich schaue dir wahnsinnig gern beim Spielen zu. Mit und ohne H. Live. Love. Liefers. Lieber Jan, herzlichen Glückwunsch zur goldenen Henne. Applaus Jetzt darfst du was sagen. Möchtest du was sagen? Herzlichen Glückwunsch. Das ist aber schön, wenn man so eine, so ein tolles, besseres Viertel hat. Liefers. 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 Franzina, das hat mich jetzt gerissen. Ich bin sehr gerührt. Das zahle ich dir heim. Liefers. Vielen herzlichen Dank. Also das ist eine irre Kategorie, muss ich sagen. Ich habe geguckt, wer da alles nominiert war. Und freue mich sehr, dass das Publikum am Ende so entschieden hat. Till kommt irgendwann auch in mein Alter dann klappt das auch und ich bin ja also sprachlos ehrlich gesagt ein bisschen ich bedanke mich einfach, ich möchte mich einfach bedanken ihr habt noch einen langen Abend vor euch deswegen höre ich auf zu stammeln ich möchte dem Nico Hoffmann danken für die tolle Rolle im Turm ich möchte für den Mönchhausen danken das sind alles so Sachen, von denen man so ein bisschen träumt und die man irgendwie einmal im Leben angeboten bekommt und dass das bei mir so geklappt hat im letzten Jahr finde ich großartig und dass das so vom Publikum aufgenommen wurde und dass ihr so abgestimmt habt, wie ihr es gemacht habt finde ich toll wenn ihr mich jetzt küssen könntet, würdet ihr Zimt schmecken weil ich schon die ganze Zeit vor lauter Aufregung Zimttabletten von meiner Frau lütsche also deswegen mache ich es nur per Luft vielen, vielen Dank danke Applaus 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 Applaus